So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem wirklich ganz, ganz spannenden Abend, noch zu einer kleinen Late Night. Also was hier alles passiert ist, ich versuche es mal ganz kurz in so ein paar Dinger zusammenzufassen. Philipp Amthor, den einige von euch kennen, von der CDU, verliert sein Direktmandat gegen einen AfD-Abgeordneten. Klaus, äh Klaus, wer ist denn Klaus? Hans-Georg Maaßen gewinnt nicht das Direktmandat im südlichen Thüringen. Nein, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, SPD-Kandidat hat es gewonnen, obwohl bei der Wahl 2017 war die CDU dort so stark und das Direktmandat wurde gewonnen. Ganz krasse Entwicklung, was hier abgeht. Die Wahl ist wirklich sowas von faszinierend, das habe ich so noch nicht erlebt. Wir gucken uns die aktuellen Hochrechnungen hier von 21.52 Uhr, also ganz frisch an. SPD 25,8 Prozent, CDU 24,2 Prozent, also wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen, gut bei über einem Prozent schon mittlerweile nicht mehr. Grüne stark abgeschlagen, 14,3 Prozent, aber immer noch eine Steigerung von 5,4 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl. Eine minimale Steigerung im Vergleich zum letzten Mal hat die FDP mit 11,5 Prozent, die AfD stark abgeschlagen, um 2 Prozent weniger im Vergleich, bei 10,6 Prozent. Die Linke permanent bei 5,0, nicht 5,1, 5,2 oder 4,9, die ganze Zeit auf 5,0 und bei den sonstigen 8,6 Prozent. Ich kann auch noch nicht mal aktueller Status den Wert auf Bundesebene der Basis, Freien Wähler oder Sonstiges geben, weil sie so gering sind, dass sie nicht separat aufgeführt werden. Und das ist genau das, was ich euch ja angekündigt habe, was passieren wird. Jetzt wird es sehr, sehr spannend bezüglich Koalitionen. Koalitionen haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei relevante Möglichkeiten. Es gibt aber noch ein paar mehr, die möglich wären mit diesen Zahlen. Wir gehen zuerst mal ganz kurz darauf ein, welche drei sind denn realistisch. Nicht relevant, sondern realistisch. Sorry. Wir haben hier SPD in Verbindung mit CDU. Und das wäre weiterhin Großkoalition. Hashtag weiter so ist auch das Stichwort. Dann kommt doch bestimmt die Mutti um die Ecke. Ja, wenn ihr das nicht hinkriegt, Kinderchen, dann mache ich weiter. Wartet mal ab. Alternative dazu wäre SPD, Grüne, FDP. Die drei gemeinsam. Denn, ganz wichtiger Punkt, es reicht nicht für Rot-Rot-Grün laut aktuellem Status. Nichts oder weiterhin bankt die Linke sogar noch, ob es 5,0 Prozent bleiben oder ob sie bei 4,9 Prozent sogar rausfliegen aus dem Bundestag. Das könnte sogar auch noch passieren. Dementsprechend, wir haben Rot-Rot-Grün nicht, wie es aktuell aussieht. Aber Ampelkoalition, nochmal SPD, Grüne und FDP bestehen als Möglichkeit. Und jetzt hat FDP Christian Lindner richtig gute Karten. Das muss man ganz klar festhalten an dieser Stelle. Denn, die Linke war ja irgendwie von SPD und von Grünen immer so, ja, wir koalieren mit denen, wenn die FDP nicht das macht, was wir möchten. Druckmittel. Und dieses Druckmittel fehlt jetzt. Dieses Druckmittel fehlt hier komplett, sodass Christian Lindner jetzt natürlich aufwarten kann und sagt, wir möchten Finanzministerium, Verkehrsministerium, whatever. Alles möglich. Bei einer Koalition mit der SPD wäre aber die Möglichkeit Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Jetzt muss ich nur eine Partei austauschen, um dieses nächste Szenario Jamaika zu machen. CDU, Grüne, FDP. Und so hat Christian Lindner jetzt wirklich alle Asse auf der Hand, dass er die CDU gegen die SPD ausspielen kann. Und umgekehrt ganz, ganz glückliche Karten. Und das bei wirklich nur einem minimal besseren Ergebnis als 2017. Der wird sich heute Abend richtig feiern und freuen. Was natürlich auch möglich wäre, in der Theorie, aber in der Praxis natürlich nicht, denn die Schmuddelkinder der AfD, das geht ja nicht. Es wäre möglich CDU, FDP, AfD. Also in Zügen wäre das eine sehr konservative Koalition, die möglich ist. Die, die Bürger ja dementsprechend bei 370 sitzen, bei 366, die benötigt werden, auch gewünscht haben. Aber nein, glaube ich eher nicht dran. Weiterhin wäre sogar möglich, dass man eine Koalition von SPD, FDP und AfD macht. Das wäre ebenfalls möglich. Wäre auch mal ganz spannend und interessant zu sehen. Im Ganzen fällt mir, glaube ich, gar nichts ein. Also es geht eigentlich um diese drei möglichen Szenarien hier. Und das wird ganz, ganz spannend, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich finde es wirklich krass. Absoluter Wahnsinn. Ganz interessante Punkte. Gerade die Linke nur bei 5,0 aktuell. Hab ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Wirklich nicht. Ich habe sie gering eingeschätzt, aber 5,5 bis 5,8 in dem Bereich. Aber das wirklich bei 5,0 vielleicht sogar rausfliegen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Schreibt mal unten rein. Was habt ihr erwartet? Ist es ein Ergebnis, was ihr euch vielleicht auch gewünscht habt oder auch nicht gewünscht habt? Ich bin ganz gespannt drauf und haut rein. Schönen Abend euch allen. Bis morgen. 9 Uhr. Pünktlich neues Video. Ciao, ciao. Ciao.